Und für diesen Kampf heißt es Ringfrei zur ersten Runde. Und für diesen Kampf ist es Ringfrei. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Rückfall zur dritten und letzten Runde. Der Band los geht. Vielen Dank. Arme hoch! Ja genau so! Arme hoch! Das war's für heute. Und hier ist Kompass. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist das offizielle Urteil. Sieger durch TKO in Runde 3. Wer kämpft aus der untere Ecke? Sinan Süpergerich!